Na, da hat heute aber jemand super Laune. Was ist denn los? Ach, nichts. Aui, auui, auui! Sag schon, Sage. Es ist nichts, wirklich. Es ist gar nichts los. Also wirklich, irgendetwas stimmt da doch nicht. Warum ist sie so fröhlich? Vielleicht, weil sie mit ihren fabelhaften Freundinnen und ihrem liebsten Tierfreund zusammen ist? Das ist sie doch jeden Tag. Ach ja! Was? Hey, Sage. Kommt heute nicht ein neuer Song auf Skunkify raus? Ja, richtig. Und ich möchte da eigentlich kein großes Ding draus machen, aber der Song hat gerade eine Million Aufrufe bekommen. Sage, das ist ja großartig. Wir müssen dir die größte Party aller Zeiten schmeißen. Na ja, eigentlich wollte ich dieses Mal nur was ganz Kleines machen. Ja, zum Beispiel eine kleine Parade. Wir könnten vielleicht im engsten Freundeskreis... Sicher wird ganz Wunderwaldstadt begeistert mit ihr feiern. Ich mache schon mal die Einladungen fertig. Das werden bestimmt an die tausend Stück. Und Ballons! Ich kenne einen Laden in der Stadt, da bekommt man, wenn man 400 Hautein umsonst. Wartet, ihr hört mir nicht zu. Ich möchte es klein halten. Sicher, natürlich. Keine Sorge. Wir hören dich klar und deutlich. Dankeschön. Glaubst du, 600 Törtchen und 800 Obstschnittchen sind genug? Wir brauchen mindestens das Doppelte. Oh, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf die Kleinen aufpasst. Kein Problem, Filia Finch. Wir helfen doch gern. Tropic Serenade und Babytierfreund Dorn, ihr seid schön brav, ja? Ja, klar. Oh, sie sind so niedlich. Ich bin mir ganz sicher, wir werden uns super gut verstehen. Ich bin in ein paar Stunden zurück. Bis später. So, meine Süßen, was machen wir denn Schönes? Wollen wir ein Spiel spielen? Okay, dann. Vielleicht lieber kein Spiel. Wie wäre es mit einem leckeren, gesunden Fleck? Was sollen wir bloß machen? Oh, nein. Jetzt habe ich ihnen Angst gemacht. Nein, Twist, das gehört mir. Oh, nein. Warum hängt ihr überall Ballons auf? Ich dachte, wir... Du hast recht, Sage. Wir könnten auch einfach zaubern. Das würde es viel einfacher machen. Nein. Hört auf. Was? Was? Was hast du denn, Sage? Sage? Wir waren uns doch einig, es klein zu halten. Sage, das ist eine Riesensache. Wir wissen doch alle, dass du eigentlich viel lieber groß feiern möchtest. Ich habe euch doch schon gesagt, was ich will, aber ihr habt mir nicht zugehört. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist euch ganz egal, was... Die Tierfreunde! Seht ihr? Ihr lasst es wieder ablenken. Nein, Sage, sieh doch! Nein. Oh nein. Hey, sieh doch!